Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Brot und Wein. Mein Name ist Konrad Max Gille von Face2Face. Ich freue mich, dass du zuschaust. Das ist Teil 3 von einem kontroversen Thema, Manifestation des Heiligen Geistes. Teil 1 und 2 hatten wir schon. Im ersten Teil haben wir ein bisschen geredet, vor meinem Hintergrund. Im zweiten Teil haben wir ein bisschen in die Schrift geguckt. Da gehen wir jetzt weiter an der Stelle und schauen uns noch ein paar Sachen an. In Apostelgeschichte 2, das ist ja eigentlich das Kommen des Heiligen Geistes, sehen wir eine Mega-Manifestation. Wir sehen, wie Feuerzungen kommen auf die Leute, wie sie in neuen Sprachen beten. Die Leute, die drumherum stehen, bezeugen und denken, die sind besoffen, die sind betrunken. Sagen sie, es ist die neunte Stunde. Du könntest sagen, es ist 10 Uhr morgens, die sind besoffen. Ich meine, das sind in manchen Teilen von unserem Land leider kein Argument mehr, wenn du da manche Leute beim Frühschoppen siehst. Aber tatsächlich ist es hier so, dass es sehr ungewöhnlich in dieser Kultur ist, dass sowas passiert, dass Leute, dass erwachsene Männer und Frauen einfach sich benehmen wie von außen, vom Kopf denkend, vom Verstand, von der Logik her wie besoffen. Aber gleichzeitig reden sie in der Mundart, in ihrer eigenen Mundart. Da hast du diese übernatürliche Manifestation der Sprachen. Sie reden in den Sprachen teilweise von den Leuten, die sie nicht können eigentlich und trotzdem denken, sie sind besoffen. Und das ist eine komische Sache. Bring das mal zusammen. Das muss ja an irgendwas liegen. Das heißt, sie haben nicht rumgelallt nur, sondern die haben irgendwie in einer Art und Weise trotzdem wie besoffen, wahrscheinlich, weil ihre Körper ein bisschen abgingen. Und dann später heißt es ja auch, als Petrus anfing zu reden. Er stand auf, so, wer weiß, was das heißt. Ich meine, ich will nicht so viel interpretieren, aber es könnte sein, dass er da ein bisschen auf dem Boden rum lag. Und er stand auf und predigte. Aber was ich sagen will, ist, dass dort in der Phase, in der Situation, wo der Geist Gottes so kam, ein Chaos anscheinend war. Ein Chaos für unseren Kopf. Ein Chaos für die Wahrnehmung. Ein Chaos. Der Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, das ist mir klar. Aber er ist auch nicht ein Gott der Ordnung in erster Linie, auch wenn er das ist. Aber das ist der Vers nicht. Sondern der Vers sagt, er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Der Friede Gottes, ja, hat eine ganz andere Qualität. Der ist nämlich nicht umstandsabhängig. Der ist innerlich. Und wenn wir uns angucken, wenn Gott in Versammlung wirkt, kann es chaotisch aussehen und doch ist im Geist eine Ordnung. Im Geist ist eine Klarheit. Im Geist ist ein Verständnis, eine Unterscheidung. Dazu kommen wir noch. Unterscheidung wird noch wichtig. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber es ist eine Ordnung da. Es ist eine geistliche Ordnung, aber die äußerlich ziemlich manchmal wild aussieht, wenn der Geist Gottes kommt. Und auch hier daraus kam eine Kühnheit. Sie dachten, sie wären besoffen. Und die Bibel sagt in Epheser 5, berauscht euch nicht mit Wein. Worin Ausschweifung ist, ja, macht man Dummheit, wenn man sich berauscht, ja, wenn man sich richtig mit Alkohol vollhaut, dann machst du Sachen, weil du dich entweder sonst nicht traust oder du machst einen Blödsinn, wo du am nächsten Tag dir wünschst, das nicht getan zu haben, ja, und das verlierst einfach die Kontrolle. Und das ist, was passiert auch, heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, sondern, warum würde die Bibel so eine Gegenüberstellung machen, wenn es nicht vom Äußerlichen ähnliche Reaktionen hervorbringen kann? Nun, ich habe erlebt schon oft, wie dieser Wein, den Gott, Jesus selbst, den neuen Bund mit Wein vergleicht, okay? Das ist so, warum macht er das? Ja, find's raus, okay? Warum? Frag Jesus, warum macht er das? Weil ein Zustand, ein Berauschsein der Liebe Gottes passieren kann. Mit der Gegenwart Gottes. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Das Wort werdet dort ist kontinuierlich, kontinuierlich gefüllt, kontinuierlich volllaufen lassen, kontinuierlich überlaufen lassen mit dieser Liebe. Und du wirst merken, wenn du das erfährst, dass eine andere Kühnheit auf dein Leben kommt. Eine Kühnheit, wo du zum Beispiel auf einmal, wo es einfach, du reißt deine Tür zu einer Kneipe auf und rufst einfach rein, wer Heilung braucht, ja, und fängst an, für die Kranken zu beten. Eine Kühnheit, die einfach über dich kommt, durch den Geist Gottes. Und ja, sie bringt eine gute Frucht. Es sieht aber manchmal nicht so aus. Es sieht manchmal nicht so aus. Ich kann mich erinnern, eine Zeit, ich bin von einer, habe in einer Bibelschule gepredigt, ich bin in die Innenstadt. Und dort warteten unsere damaligen Bibelschüler. Und ich ging da lang. Und mir war eigentlich so, mir ging es nicht so ganz so mega überschwänglich. Ja, so. Aber dann kam ein Freund von mir dazu und sagte, boah, Conor, du siehst ja total voll aus. Und ich so, hä? Ich habe nichts gespürt, nichts gemerkt, gar nichts. Aber er sprach eine geistliche Realität an. Und ich habe gedacht, okay, wenn du das siehst, dann nehme ich das mal an. Dann ist das wohl so. Und auf einmal kam die Herrlichkeit Gottes mit in der Innenstadt auf uns. Wir torkelten armen, armen da lang. Unser Team wartet auf uns, sagte, wir wollen auch, gute Bibelschüler. Und wir standen uns im Kreis an einer riesigen Bushaltestelle mit Freitagabend, haufenweise junge Leute, die sich schon warm getrunken haben, mit einem anderen Zeug außer dem Geist, dem Geist der Welt, dem Alkohol und so weiter, um auf ihre Partys zu fahren. Und es war ziemlich voll Sommer. Und wir stellten uns im Kreis und fingen an einfach, so, heiliger Geist, füll uns, lass uns volllaufen mit deiner Gegenwart. Und das passierte. Und wir fingen an zu lachen und so weiter. Es war wild. Und wir starteten einen Gottesdienst. Plötzlich war dort ein Gottesdienst. Wir holten die Leute in die Mitte. Wir prophezeiten über ihn, bis ihnen die Tränen schossen. Manche rannten weg. Ein Moslem stand in der Mitte. Die Kraft Gottes kam auf ihn. Er fing an zu zittern, haute ab, hielt es nicht mehr aus. Ja, wir fingen an, für Kranken zu beten und so weiter. Eine Kühnheit kam auf uns. Eine Kühnheit. Alles raus aus der, wenn du so willst, Trunkenheit des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir müssen trinken lernen. Und gerade Leiter müssen es lernen, sich hinzugeben in die Gegenwart Gottes. Weil wir sind nicht Leiter, weil wir so toll sind, alle so gut im Griff haben, so besonders sind und so diszipliniert haben und so weiter. Wir sind Leiter, weil Gott es uns erwählt hat und weil wir ihn brauchen und weil wir ein Leiter des Königreiches sind und deswegen weiche Herzen brauchen. Eingelegte Herzen. Herzen, die voll sind mit dem Geist Gottes. Herzen, die voll sind mit der Perspektive des Himmels. Come on! Herzen, die voll sind mit ihm. Die einfach seine Liebe kennen. Die nicht nur vom Hörensagen reden, sondern deren Augen ihn gesehen haben. Die wissen, wie er ist und wer er ist. Die wenigstens auf dem Weg sind, ihn immer besser kennenzulernen. Nicht durch Verstandeswissen. Nicht durch Lesen über ihn. Nicht durch, ich weiß mehr von ihm. Sie sind ihm begegnet. Das ist, worum es geht. Gott ist real. Er ist lebendig. Er ist nicht irgendeine Figur. Er ist nicht irgendein Konzept. Er ist ein lebendiges, sehr reales, erfahrbares, erlebbares Wesen. Ja, und das ist, was passiert, wenn Gott dir begegnet. Da passiert was. Ich meine, König David hatte eine radikale Manifestation im Alten Testament als jemand, der was verstanden hatte. Als sie die Bundeslade, was ein Bild ist für die Gegenwart Gottes, im 2. Samuel 6 überführten. Und da heißt es, David tanzte wild, ekstatisch vor dem Herrn. Was ist das für eine Manifestation? So sehr, dass er sich das Oberkleid, seine königlichen Gewänder ausziehen und im Shorts, im Unterhose, wenn du so willst, da abging. Nun, ich sage nicht, wir sollen in unseren Gottesdiensten so abgehen. Ich sage nur, dass David irgendwie ein Liebling Gottes war. Richtig? Das steht ebenfalls geschrieben. Und er ging ab 14 Kilometer lang. Ja, ging er ab und schlachtete. Damals war das der Weg, wie man Gott angebetet hat, diese Tiere. Ja, immer weiter. Immer weiter. Alle paar Meter. Ja, wie sah das aus? Wie sah das aus? Eine blutige Spur. Ich meine, das ist Alttestament. Verstehe mich jetzt hier richtig. Aber hier ist eine Leidenschaft aufgrund der Gegenwart Gottes. Eine Leidenschaft ist eine Manifestation aufgrund seiner Gegenwart. Eine Hingabe. Ein Ja, Herr. Ein Jesus, mach was du willst. Heiliger Geist, komm. Geist Gottes, wirke hier. Du darfst den Rahmen sprengen. Du darfst machen, was du willst. Du musst nicht machen, was wir nur denken, was du machen sollst. Ja, wir wollen dich. Wir wollen nicht nur eine Show. Wir wollen nicht nur eine nette Show, die die Menschen irgendwie ein bisschen unterhält, aber nicht verändert, nicht transformiert, nichts mit ihnen macht, sie ihnen keine Gottesbegegnung bringt. Ja, wir sagen immer, was nutzt die tollste Show, wenn Gott nicht drin ist, wenn er nicht drin wirkt. Ja, dann haben wir eine Show. Na super, aber eine Show wird letztendlich nicht dazu führen, dass eine wirkliche Transformation stattfindet und wir eine echte Begegnung haben und wissen, wer unser Vater ist. Wow. Ich meine, ich könnte darüber, naja, lass mich noch eine Sache sagen, dass das ist in, wow, das habe ich sogar hier nochmal aufgeschlagen, da heißt es in 1. Petrus und es gibt noch so viele Beispiele, aber ihr seht schon, dass es gibt so viel, so viel Zeit, die man da reinbringen kann und ich will noch Kirchengeschichte, ein bisschen gucken, was da passiert ist und das ganze Thema Unterscheidung und auch Weisheit im Umgang mit Manifestationen muss alles noch rein, ja, weil es gibt sicherlich da auch Auswüchse und so weiter. Aber lass uns noch mal kurz eine Sache hier angucken und dann könnt ihr im nächsten Teil weiterschauen. Darin jubelt ihr, ich meine, die Bibel ist voll übrigens mal nebenbei, Psalme und auch im Neuen Testament Sachen von Jubel, ja, ich meine von Musik, von Tanzen, von Klatschen, von solchen Sachen. Jesus jubelte im Geist, Lukas 10, ja, und das Wort jubeln hieß, er tanzt, er sprang vor Freude. Weißt du, wenn dein Geist jubelt, dann sieht das nicht so aus. Hast du gesehen, wie ich gejubelt habe? Hast du gesehen, wie ich voll abging in meinem Innersten? Ich habe mich so gefreut im Geist. Wir sind verbunden. Es ist ein dreieiniges Wesen, so wie Gott. Geist, Seele und Leib. Wenn dein Geist jubelt, wird man es irgendwo sehen in deinem Körper. Vielleicht gehen die Mundwinkel hoch, eventuell. Wenn dein Herz glücklich ist, wenn dein Innerstes lebt, irgendwas wird man draußen sehen. Früher oder später, okay? Ich habe nur gerade ein bisschen im Geist gejubelt. Aber hier, 1. Petrus 1. Darin jubelt ihr, der jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer abrobt wird, zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also eine Jubel in einer Verfolgungssituation, einer schweren Situation. Jetzt kommt Vers 8. In der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, ja, mit den physischen Augen, an denen ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Achtung! Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Wow! Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Wie erlangen wir das Ziel? Indem wir mitten in schwierigen Umständen manifestieren. Indem wir einfach voller Freude über die Realität Christi sind. Und das Wort hier, indem mit unaussprechlicher Freude, ich meine, das ist eine Freude, hast du schon mal eine unaussprechliche Freude gehabt? Das ist eine Freude, wo du nicht kontrollierst. Ja, das ist eine Freude, wo du so dich freust, ist, dass es nicht in Worte zu fassen ist, wo es, man könnte meinen, du bist besoffen und du lachst dir den Kopf weg. Du lachst wie verrückt, okay? Unaussprechlicher Freude. Und das ist ja keine Theorie hier, okay? Das ist nicht irgendwie so ein Satz. Ja, aber ich denke mir mal ein Wort aus beim Schreiben. Das ist in der Inspiration des Heiligen Geistes, was eine Erfahrung beinhaltet. Und dann heißt es hier, verherrlichter Freude. Dieses Wort verherrlichter, ich habe mal die gute, alte, stabile, deutsche Elberfelder Übersetzung, die ich meistens eigentlich immer als Grundlage lese, ja, die, die, da hatte ich die Konkordanz und habe dort mal das Wort nachgeschlagen. Und diese nüchterne, ist auch noch so ein Thema, was kommt, Bibel, ja, Übersetzung, ja, sagt das Wort verherrlichter, heißt ekstatisch. Ekstatisch. Petrus fiel in eine Verzückung. Das Wort ist Ekstasis. In eine Ekstase. Und dann sah er dieses, dieses, dieses Ding, was vom Himmel kam und, und diese Tiere da drin und Gott sagte, steh auf Schlacht und iss. Da fiel in eine Ekstase. Ekstatische Freude. Wie stellst du dir das vor? Ich bin voller ekstatischer Freude für den Herrn. Nur, ich mache mich nicht lustig, wenn du keine Freude gerade hast. Ich will Religion aufdecken und schales, totes, Verstandeschristentum hierbei. Ein bisschen ans Bein pinkeln. Okay, wenn ich darf, auf den Fuß treten. In Liebe. Okay, voller Liebe. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass hier was abging. Eine Reaktion. Ekstatische Freude. Wow. Nicht durch Drogen, nicht durch Alkohol, nicht durch irgendwelche weltlichen Gelüste und was weiß ich was, sondern von Gott. Durch Gott, durch seinen Geist. Das ist, was hier passiert ist. Hammer. Das ist, was möglich ist. Hammer. Vielleicht, nur vielleicht, wenn wir mehr davon erleben würden. Eventuell könnte es sein, dass weniger Leute mit Drogen und Alkoholsucht und Pornografie zu tun haben, weil sie das Echte geschmeckt haben. Weil sie das Wahre geschmeckt haben. Und deswegen die billige Kopie des Teufels. Ich meine, warum gibt es eine Kopie von etwas? Aus dem einzigen Grund, weil es was Echtes gibt. Wenn es kein Echtes gibt, wird auch nichts kopiert, weil man kopiert nur, was wertvoll ist. Ansonsten hat die Kopie keinen Wert. Warum sollte ich was kopieren, was gar nicht wertvoll ist? Man kopiert nur das, was wirklich cool ist. Was wirklich was Wert hat. Und so Alkohol, Drogen. Und ich rede aus Erfahrung. Jesus knallt mehr als all das. Seine Gegenwart knallt mehr als all das. Er ist der Hammer. Und ich, ich, boah, ich muss, ich mache Stopp jetzt hier, damit wir das auch schön aufteilen können. Sonst wird es zu lange. Aber ich freue mich auf die weiteren Folgen. Bleib dran. Schön, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Gott segne dich mit einer ordentlichen Manifestation. So I will fix my eyes on the cross. And I will set my affections on things of God. My eyes are on you, Lord. My eyes are on you. And I don't want to look away. No, I don't want to look away. My eyes are on you, Lord. My eyes are on you. And I walk on the water. Sinking in your day.